M.O.D. become a nerf no midglieder Word no midglied and genius dying vortile Oh mein Gott Ne ich muss losgehen Das ist wieder schwer sein Einer down So die Runde wird jetzt erst gemacht Leute Deswegen bisschen weniger aufs Chat achten Bisschen mal einfach zocken Genau Alter jetzt muss ich ohne Absitzer laufen Weil wir wollen mal ne richtig gute schöne Runde mit 4 Kills machen Das können wir easy schaffen Das ist gut Wider hier den Absitzer versuchen drauf Machen wir ne richtig gute Runde Können wir das richtig geil auf YouTube hochladen Digga wird lecker Warte ich hab's gleich wieder drauf Ja Ist wieder drauf Ich hab den Absitzer wieder draufgekommen Na gut Boxing man ist der best YouTuber der Welt Danke, 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 Marge Sieger Danke Tausend Dank Bei mir sind die Knöp Diese Worte berühren mein Herz, Digga Ja Willst du bei Fortnite mein Freund sein? Äh Willst du bei Fortnite mein Freund sein? Äh Willst du bei Fortnite mein Freund sein? Äh Wie gesagt das mit den FAs ist halt immer nur so Wenn ihr Mitglied seid dann nehme ich natürlich auch FAs an Ja Easy Gut 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 vernünftigen Schön Bam, bam, bam Drei Schüsse, drei Treffer, droht Easy Ich muss immer Ich muss immer 30 Mal im VEinander reden damit ich mit mir callen kann heute da redest Genau ja ja, deswegen du musst bisschen mit mir mehr reden Ich muss schon laut reden oder noch so viel Boah Und dein Bruder ist der best YouTuber der Welt Und dein Bruder ist der best YouTuber der Welt Danke, Marge Sieger Ich muss mal schauen wie viele Abos brauchte denn noch damit wir schön jetzt mal eins gegen eins machen Weil wir könnten jetzt eins gegen eins machen Ganz easy Digga Wenn einfach auf seinem Kanal die 200 Abos erreicht werden Es sind noch 4 Abos die fehlen Also auf jeden Fall den Kanal von meinem Bruder Ganz easy abonnieren Dann machen wir noch hier leckere 1 gegen 1 196 Abos Vielleicht sogar mehr Und noch nicht aktuell als jetzt Dieses Mal gleich gucken Ich brauche mich ganz gut an Und Und Oh nur 4 Abos Wenn ihr 4 Abos knackt dann Dann gehts los Dann gibt den 1v1 Du kannst viel besser bauen als es das weiß ich so Nein Wenn ich das auf ernst mache dann ja vielleicht aber sonst nicht Ja Wenn ich auf ernst mache dann bin ich wieder für 1 Das Problem ist wenn ich so schnell baue dann hab ich kein Aim mehr einfach Das geht dann einfach nicht mehr Ich hab beides halt einfach Das geht dann nicht mehr Dann Dann ist Aim-Loss-Modus aktiviert Digga Okay Ja du hast eine Scar Okay Ich hab eine Start zwar aber total Ich hab leider nur ne Tag aber im Blow Ich hoffe du hast auch wirklich 800 Mets Ich hab keine 800 Mets weil du mir bevor ich mir vor meiner Nase abbringst Das geht Das geht Das geht Das geht Weil immer du bist schneller als ich Leute grad sieh sie auf den Link klicken dann könnt ihr den Kanal von meinem Bruder kostenlos abonnieren Doch 4 Abos und dann gibt's leckeres 1v1 gegen mein Bruder Also ich gegen mein Bruder Genau Ihr wollt doch das große Giganten Battle sehen oder nicht Wie wir beide 1 gegen 1 machen Digga Wer ist besser Love Eigentlich egal es ist ja nur nis Ist ja nur Spaß Egal wer besser dann ist Jederzeit kann man auch nur n Schlechten Tag haben und dann die nächste Runde besser sein Also La Familia 0951 VIP Mitglied Okay ist Banane Darf ich ne Banane hallo? Ey die Toilettenkacke Also was ich brauche ist einfach ne lange schöne neue Pumpfälle Was ich brauche ist wenigstens eine Pump Ich hab noch gar keine Ich hab Tag Digga Was ist schon Tag? Wow ich hab nicht mal ne Shotgun Ich hab ne Tag für dich Ich komme Eine Scheiß Tag Egal es ist aber eine Pump Ich hab noch ne blaue Stungewerbe an mir Bro du kannst hier noch weiter looten du hast alles hier oben vergessen Ja loot du Keine Woche Keine Woche Ich loot das andere ich hier noch ne grüne Alpha aber auch nicht Ich hab gleich doch ein Sniper-Tief da oben Hier vielleicht doch ein Sniper-Tief da oben Brrrrrr 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 Brrrr 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 Genau Genau Jetzt noch n Slurper für dich Hab schon grad n Slurper geprüft Nimm's krass n Slurper mitnehmen Ich kann den gleich mitnehmen wo� Ich gehe natürlich ins John wickhaus Aber weil Jim John Wick nur Будemy im Casual Dornst dass man hier einfach nicht töten kann Da hat mich aber keiner drinnen getötet ich ne Einer hat so Committee gemacht und das � mau fache BECAU Das soll da war in den letzten Jahren wir können die Kinder lokalisiert sehr viele Gegner in dem neuen Haus sie fahren die Fahrt aber ein neues da kommt los er sagt sie Lass mal so Lost spielen wie noch nicht Nein, nein, wir töten ihn nicht Töten ihn einfach fertig Ich hab ihn mit Lost Power, die waren so Lost, ne? Er hatte eine, oh man, jetzt hast du hier neue Pump Ich will auch, äh Wir haben auch einen Schlup Weil ich voll bin, ich hab so viel Loot des Todes Aber den kannst du trinken Trink den Blick durch Jason, schön, dass du da bist Grüß dich So Leute, nicht vergessen den Kanal von meinem Bruder zu abonnieren Er braucht noch ein paar Abos Um die 200 zu knacken Und dann werden wir geiler eins gegen eins jetzt machen Geiler eins gegen eins 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 Immer Gegner Ich komme Sag's doch am Rand und viele Gegner Warum sind wir da am Rand? Ja, um ein paar Gegner zu töten Wifi hat er nicht mehr Ah da sehe ich ihn Der hinter den Baum? Da ist er Der hinter den Baum? Nee, noch nicht. Er hat von mir auch noch gute Hits. Oh mein Gott, er hat mich so gegeben, weil er geflogen ist. Oh mein Gott, was... Was für ein 500er IQ-Play von ihm. Sein Main kommt, kannst du ihn nicht retten. Oder doch, du kannst ihn retten. Weil er ihn rettet. Geil, Digga. Ehre, Bro, die Ehre. Er hat einfach den 500er IQ-Play gemacht. Fliegt einfach zu mir. Bam, shot, Digga. Face Marcel, grüßt dich, schön, dass du da bist. Schön, dass du auch neu am Start bist. So. Oh, ich muss trinken den Slots, sorry. Ah, es ist gut, ich habe genug Heilung dabei. Ah, es ist easy. Ich habe die ganze Zeit Minis und Bigness dabei, das Todes. Warte, lass dich mal ein Boot, aus. Ich hoffe, er hat jetzt eine neue Pump, Digga. Ich brauch endlich neue Pump. Warte, lass dich mal nach oben gucken. Digga, warum habt ihr immer alle keine neue Pump? Ich bin seltener geworden, ne? Haterzeit kann ich mit spielen, wenn du bei uns beiden Mitglied bist, dann ja. Die Waffe ist jetzt seltener geworden. Das ist das Problem. Das ist jetzt nervig. Die Waffe ist zu seltener geworden. Das ist jetzt nervig. Die Waffe ist zu seltener geworden. Ich geh nicht mehr am Rand. Komm mit. Was machst du denn? Keine Rand, wir müssen schnell da raus. Schiff, die schafft's. Schiff, die schafft's. Ja, ich geh mal Schiff, die schafft's. Und da haben wir angefangen, ne? Ja, stimmt. Loll. Und da haben wir einfach angefangen. Wie gesagt Leute, nicht vergessen den Kanal von meinem Bruder kostenlos zu abonnieren, weil wir ab 200 Abos genau jetzt eins gegen eins machen. Und da fehlen noch drei Abos, die. Drei Abos und dann mach ich eins gegen eins mit meinem Bruder. Ich kann jetzt Stream nicht mehr finden. Da ist er. Schiff, die Chefs gehört uns. Auch wenn du Mats brauchst, sag Bescheid, ich hab wieder richtig viel Mats. Wie viel hast du denn? Äh, 1200. Ich habe 560. Ich so brauchst was. So, vielleicht so 300, 200. Ich könnte reichen. Komm mal. Ich hab auch eine Sniper, ne? Okay, ich geb dir das hier, das hab ich am meisten. Okay, gut. Äh, it's nice. Nein, mir warte da rein. Nein, mir warte da rein. Ich hab ihn alles gut. Hab einen angehüpft. Oh mein Gott, ich wurde so hart gesniped. Ich hab ihn so hart gesniped. Ich hab ihn alles gut. Ich hab ihn alles gut. Er hat. Warten, keine neue Pampfern Storm. Ohhhhhhhhhhhhhh. Ja, der untere hatte, aber ich kann niemand, ich brauch ja da. Ich brauch ich hab noch einen Rift, ne? alles gut und die snipen noch muss aufpassen das sind leute die alle bei boxman bros boxman abonnieren und la familie abonnieren genau ich gehe wieder runter und holt meine neue pompe die ich mir verdient habe weil ich den typen easy gold hat sogar goldene schiff die jetzt endlich ich weiß ich habe auch kommen dann ab da waren zwei jumpers da einmal da also das sind schon den platzierten wo ich hier kann ich noch lagerfeuer benutzen perfekt hier ist wie gegner alle kämpfen wir noch lagerfeuer wir gehen es ganz gut leer und schön dass du da bist wie gesagt leute nicht vergessen den kanal von meinem bruder zu abonnieren noch drei abos und dann machen wir leckerer 1 gegen 1 gegen mein bruder hier bzw ich mache 1 gegen 1 gegen ihn so du kannst hier gut abstellen hier ist ganz viel gern falsch die russisch machte nicht die russisch in den fändigen die russisch in der 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 und der hat keinen blular nein erst so warst du nicht alleine da komm noch mehr du denkst immer diesen alleine links neben dir schon einer er braucht noch ein das ist der dm ich ja auch so und noch ich habe ich habe doch alles gut habe ich bin gestorben ich habe aber falsch haben wir haben gleichzeitig die leute getötet oder aber es ist noch mehr hier alles was du wir haben bei mir ich brauche er hat 25 geld musste sein so jetzt gibt es keine heilung wie gesagt ich habe noch drift falls was los ist ich wurde gesnipet habe ich nicht gesehen so jetzt rette mich rette mich sofort wir benutzen einfach sofort wird sie sofort wird wenn jetzt erstmal ein mini damit sie nicht in der luft oder wir müssen nicht benutzen wir müssen wir können auch ins haus gehen las haus gehen sie sind ja wie sind dann auch schild broken hat der vielleicht heilung für mich das game ist verdammt noch mal trash des todes ich habe mich kurz ich habe noch bandagen für dich gedroppt ich kann sie können hier nicht oben bauen ich nehme ganz schnell das mit ja er muss mich oh mein gott er ist gut gehittet ich kann ihn nicht bauen ich muss hier ganz schnell raus er spielt ziemlich gut ich habe mich auch lustig jeder hat nur mir ist dabei das game ist verdammt noch mal trash ich habe aber auch noch minis meinte bandagen und ein stück ganz oben ohne kein bock zu gehen ok lebe ich das mit hoch muss irgendwie an med dran kommen hast du noch mehr ich habe noch 600 ich habe 1000 ich habe 1590 ich habe 1590 oh mein gott oh mein gott ich habe jetzt viel zu viel ich habe jetzt viel zu viel ich habe 2.000 mails digger es geht auf ich habe 9 kill schon endlich pushen tut 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 du bist so aggressiv kannst du ok 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 warum keine waffen er hat die kugeler challenge gemacht bestimmt ok ok oh mein gott noch zu viel schaden letzter gegner ja geil machst du ihn platt hast du 10 killstick let's go ich gehe zum allground hoch wo er sehr wahrscheinlich sein wird er hat den duo zerstört ne er hat diese duo zerstört ja ok krass also kein schlechter spieler also kein schlechter spieler aber uns wird er nicht zerstört oh mein gott oh mein gott hat mich angehilt ich komme ja epischer sieg digger 15 kills hier im duo mit boxing man bros dafür müsst ihr ihn auf jeden fall ein abo geben leute let's go digi einfach hier auf den link klicken dann könnt ihr ihn abonnieren digi er hat sich verdient 2 wins heute mit ihm Junge und jetzt nochmal 15 kills digi krank 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 digi let's go ja